Herzlich Willkommen bei Treppenbau Bieler, Ihrer Komplettschreinerei. Wir verwirklichen Ihre Träume in Holz und sind Ihr Partner für Treppen, Türen und Möbel in hervorragender Qualität. In unserem großzügigen Ausstellungsraum finden Sie zahlreiche Anregungen und Beispiele. Mit modernster Computertechnik und spezieller Software planen wir Ihre Treppe und Möbel. Das Bieler Team stellt sich jeder Herausforderung. Die Verwendung erstklassiger Materialien, hauptsächlich von einheimischen Holzarten, Die Erfahrung unserer Mitarbeiter und die Möglichkeiten, die moderne Maschinen heute bieten, garantieren Ihnen ein erstklassiges Produkt. Das passende Geländer mit 1000 verschiedenen Möglichkeiten der Sprossen fertigen wir individuell für Sie an. Wir verstehen uns als Komplettschreinerei und bauen für Sie auf Wunsch die komplette Inneneinrichtung Ihres Hauses. Hochwertige Möbel bedeuten Lebensqualität und sind eine gute Investition. Ob moderne Küche, Wohnzimmer, Treppe, Rückzugsort, Designbad oder Schlafzimmer. Wir fertigen nach Maß und Ihren persönlichen Wünschen. Sprechen Sie mit uns. Wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.